Hallo alle auf YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von DJRalex. In diesem Video will ich euch eigentlich nur eine Frage stellen und zwar, was für Videos wollt ihr eigentlich jetzt noch schon vor mir sehen? Reviews, Tipps oder sonstigen Cremes-Krams eben. Einfach einen Kommentar da unten hin posten, also entweder einen Kommentar da unten oder ihr postet es mir einfach auf meine DJRalex Facebook Fanpage, Link gibt es auch da unten. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe eine Fanpage auf Facebook, da kann jeder beitreten, kostet nichts, dort findet ihr immer relevante und informative Informationen über mein DJ-Leben, über meine Videos und so weiter. In letzter Zeit sind auch ein paar recht heiße Diskussionen auf meiner Fanpage über Veranstaltungstechnik, PA, Lichttechnik und so weiter ausgebrochen. Also erstens mal, welche Videos von mir sehen, das war mein Handy, welche Videos wollt ihr von mir sehen, einfach einen Kommentar da unten hinschreiben, meiner Fanpage beitreten, sofern es euch interessiert, ich zwinge keinen dazu. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Hallo auf YouTube und herzlich willkommen hier in meinem Zimmer und zu einem neuen Video von DJRalex. Jo, in diesem Video will ich euch mal ganz offiziell fragen, nein, nicht fragen, nein, schlecht. Also, wie gesagt, die Frage, was wollt ihr noch so für Videos von mir sehen? Kommentar da unten, total cool. Jo, ich drehe das jetzt alles nochmal, total cool. Hallo auf YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Meiner Fanpage beitreten, alles Mögliche. Jo, ich würde mal sagen, das war's. Danke.